Jo, was geht, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ey, ich bin 50% der Vlogs nackig am Anfang. Mal abgesehen, wo es hingeht, was wir machen, ETC, habt ihr eh schon den Titel erkannt. Ich packe gerade mein Kaufpapier, sind zwei Tage weg. Abgesehen davon, dass das hier viel zu viel für zwei Tage ist, kommen wir jetzt zu den Unterhosen. Eine für den ersten Tag, eine für den zweiten Tag, eine für den dritten oder so. Eine, falls ich mir einkacke, obwohl die weiße Scheiße ist, wenn ich mir einkacke. Eine, falls ich mir nochmal einkacke und eine Ersatzbuchse. Seid ehrlich, das ist voll krank, dass man das macht, aber das macht doch jeder, oder? Gut, aber allgemein, ich habe viel zu viel gepackt. Für zwei Tage bin ich eigentlich durch. Aber ehrlich, es tut schon wieder weh im Herzen zu sehen, dass man jetzt eine Winterjacke braucht. Ich schwöre, Winter und Winterjacken fucken mich so krass ab, das glaubt ihr gar nicht. Good morning and good morning. Es ist der nächste Tag. Alter, was habe ich denn hier noch, Junge? Ach so, ich habe mir so eine Salbe ins Gesicht gehauen, da wird meine Picke weggehen. Auf jeden Fall, um nicht zu viel von meinem Leben und meiner Nachbarschaft zu leaken. Ich weiß nicht, ob man es am Himmel erkennen kann, aber das Wetter ist absolut scheiße. Dreimal könnt ihr raten, wer hinten sitzen muss. Also, das kann man auch wirklich eigentlich gar nicht mal erzählen. Dieser coole Typ hat einfach gerade mindestens 20 Euro ausgegeben dafür, dass er bei Clash of Clans irgendwelche dummen Bauarbeiter oder irgendwelche Juwelen, weil er es wieder bei mir gesehen hat, einfach dafür sein Geld verschwendet hat. Digga, ich habe so lange dieses Spiel immer gespielt, ich brauche das jetzt einfach mal wieder. Das kann man einfach keiner erzählen. Digga, ist das gottlos? Das ist einfach irgendwo an der Strafe eingefallen, so lustig sehe ich ihn. Geht das hier? Kann man hier pissen? Also, den Verkehr in Berlin kannst du einfach vergessen. Seit einer halben Stunde stehen wir... Baustelle. Es war unmöglich, aber wir haben es geschafft. Wirklich, eine Parklücke zu finden, ist ja Hurensöhniger als Hurensohn. Also, unser Hotelzimmer ist klein, aber fein. Wir brauchen eh nichts und wir brauchen eh nur zum Schlafen. Hier schlafe ich allein und hier schlaft ihr zu zweit. Gamechanger. Alarm für Cobra 11. Hör auf, Digga, die Leute denken, ich gucke nur Alarm für Cobra 11. Also, ich sage ehrlich, ich würde es auch fühlen, hier zu pennen. Aber ich passe hier. Obwohl, wenn du mal ein bisschen hinterbrutschst. Arschmal Prioritäten setzen jetzt hier. Es wird asozial. Ich habe es noch gerne erwähnt, aber es wird wieder richtig gottlos wie der letzte Vlog. Ich bin dann so... Aber was nehme ich? Digga. Komm, nimm dir auch eine Tüte. Du musst ja eigentlich eine Tüte nehmen. Ich bin voll schlau, Leute. Wir nehmen uns gekühlt. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ey, ich schwöre auf alles. Ich habe so Angst in diesen Lifts, wo einfach nichts drin ist. Die hier so stecken zu bleiben oder so. Das ist meine größte Angst. Ich glaube, es wird auch passieren irgendwann. Ich werde irgendwann in diesen Dregs-Lifts stecken. Und dann werde ich diesen Clip einblenden, während ich hier verstecke. So, als allererstes mal das Wichtigste. Sonst kann man ja hier gar nicht kacken. Und das hier ist auch schon wieder gottlos. Weil man die Hälfte schon wieder einfach leer ist und wir halt nichts davon... Ach, scheiße. Hola, Signore. Yeah. Ich habe noch nie mexikanisch gegessen. Das wird richtig reinknallen, aber geil. Ich esse schön Backfisch. Digga, wir wollten erst zum Meck. Ist das gut, dass wir das nicht gemacht haben? Das wäre so dumm gewesen. Aber ganz wichtig, das fliegt erst mal in die Tonne. Digga, auf gar keinen Fall. Das esse ich nicht. Das gehört nicht aufs Backfisch. Also Mutwurst-Protokoll. Digga, es ist einfach... Ich bin wieder in der Sucht, wie ich damals, als ich 10 war oder so. Bei dem Jungen, alle, wie wir essen, sind Wein am Essen. Der Einzige, der wieder als erstes Hablicher und Time of Clance spielen muss. Es macht Spaß. Spaß. Ist einfach dieser Junge. Kurzes Startupdate. Bei mir kracht es richtig massiv im Wagen. Ich weiß nicht, ob es vom Mexikaner kommt. Aber es knallt völlig. Wird richtig reinknallen, aber geil. Das war es an der Stelle. Komplett. Also wir sind jetzt wieder im Hotelzimmer, weil es bei mir gekracht hat. Aber irgendwie geht es jetzt. Ich weiß auch nicht, was das war. Und wir wollten eigentlich so geil in irgendeinen Studentenclub heute. Weil Studentenclub ist geil, oder? Sag ehrlich. Perfekt. Da hätte ich mich halt richtig gesehen. Aber es sieht ganz stark nach... Was machen wir heute? Keine Ahnung. Ach Digga, komm, scheiß auf euch alle. Wir gehen in ein paar Bars. Wir checken wir sie ab, was so geht. Weil hier gibt es irgendwie keine Clubs. So Prenzlauer Berggegen und so. Das fackt ab. Zumindest nicht auf den Donnerstag. Und einen Döner sehe ich nämlich auch noch oder so. So einen fetten, verdreckten, richtig gräutigen. Das hier ist offiziell der dümmste Mensch dieser Welt. Erst das ganze Bad überschwimmen. Und jetzt... Digga, das ist... Wahrscheinlich wird das trocken. Ja, natürlich. Hör her. Digga, Tim, was ist denn das hier? Ich glaube, wir sind beim depressiven Döner gelandet. Also dafür, dass wir bei einem Döner sind, habe ich es, glaube ich, am beschissensten abgefragt. Weil die Pizza sieht gut aus und der Burger sieht auch gut aus. Aber der Döner sieht irgendwie am beschissensten aus, Digga. Egal. Kurzes Update. Der Döner, den wir gegessen haben, der wackelt. Also ich habe den Döner gegessen. Ich fand den schwierig. Aber Döner war... Okay. Und bei mir kracht es immer noch im Magen. Das ist es nicht. Mit dem Jungen. Heute wird Brühe gemacht. Machen wir heute eigentlich schon mal. Digga, hier ist einfach nichts los auf dem Donnerstag um 22 Uhr. Das ist voll traurig. Wir wollten eigentlich in den Studentenclub, ne? Das ist halt alles in den Augen. Aber jetzt machen wir eine Bar-Tour einfach. Eine Bar-Tour? Eine Bar-Tour? Ja. Freunde, Update. Wir dachten, der erste Tag wird ein Bruch. Hier ist immer noch leer. Aber ich habe gerade was gefunden. Wie heißt es? Studenten... Studentenclub. Alexander... Nee, nee, nee. Studenten-Opening-Party mit Blick auf Fernsehturm Berlin. Freunde, es kracht. So, Freunde. Schneller Outfits-Check. Digga, Change. Ach, scheiß dran. Ich habe, der bin da mal so. Kann man nicht mehr los hingehen? Nein. Du musst dich Berlin anpassen, Tim. Das ist ganz wichtig. Ja, ich bin hier drin. Am besten LGBTQ-Flagge anziehen. Bevor wir aber feiern gehen, fehlt noch eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr sicherlich, dass ich ein großer Fan von Manscaped bin. Ihre Rasierer, Pflegeprodukte und Boxerschutz sind auf jeden Fall eine große Bereicherung für mich und meinen Alltag. Doch jetzt gibt es ein weiteres Produkt. Und zwar den Handyman. Ein Bartrasierer für unterwegs. Und ja, auch ich habe Bart. Man sieht ihn halt einfach kaum. Daddy Handyman ermöglicht eine schnelle, gründliche Rasur und klatte Wangen selbst nach drei Tagen Bartruf. Steht zumindest in meinem Script so. Bei mir dann vielleicht auch nach drei Wochen oder vier. Ein weiteres Feature ist die Skin-Safe-Technology, die dazu beiträgt, dass Verletzungen und Irritationen bestmöglich vermieden werden. Und er ist wasserdicht. Was meiner Meinung nach eine sehr wichtige Eigenschaft ist, gerade für unter der Dusche und zum Saubermachen. Der wunderschöne und kompakte Handyman ist also der perfekte Begleiter für so Trips wie nach Berlin. Und ist ein absolutes Must-to-have für jeden von euch. Also wenn ihr männlich seid. Aber wir leben in 2023. Frauen haben auch Bart, ne? Also macht es wie ich. Geht auf www.manscape.com. Link ist auch in der Beschreibung. Und sichert euch den Handyman oder andere Produkte. Und mit dem Code NINUS spart ihr 20% plus kostenlosen Passant. Da habe ich aber auch wieder was für euch rausgeholt. MEIN RTL! Also alle haben sich ready gemacht für den Club. Alle sind fertig. Aber dann gibt es diesen einen Typen, der einfach definitiv noch am Kacken ist vor dem Club. Ich kann das alles nicht. Er kann doch nicht mal kacken. Also das ist ein absolutes Problem bei ihm. Es geht los. Ich habe ein bisschen Angst. Man lebt ja kaum noch. Gib mir das Geld. Wo kommt das überhaupt raus? Hier. Linus ist hype. Er kault schon aus den Zahnstarten. I'm just a kid with a dream. My dream is your number. Falls jemand fragt, ich studiere heute Bitches. Ich glaube, das ist einfach da oben. Da oben. Das hat so asozial. Also um das Ganze festzuhalten, wir sind hier einfach im 15. Stock in komplett Berlin am höchsten Punkt. Und was war heute früher? Spontan. Spontan. Wir waren gerade noch in der Bar. Und jetzt sind wir hier gelandet. Und ich bin krank morgen. Und ich bin alle morgen krank. Also nur um das Ganze zu realisieren, chillen wir einfach auf den Dächern. Von Berlin. Es ist einfach nur geisteskrank. Es ist geisteskrank. We are out, Freunde der Sonne. Ich bin stockbesoffen. Das kannst du so mal verwissen. Ich weiß nicht, ob ich heute der Idiot des Tages bin. Ich glaube, ich bin der Idiot des Tages. Du bist die Lachnummer. Julius, ich bin der Idiot des Tages. Du hast hier die gefickt. Nein, das kannst du dir sagen. Ich habe einfach eine Chance. Ich weiß nicht, gibt es eine eindeutigere Chance? Nein, aber am Sodamorgen ist meine Prime Prime. Ich habe die eindeutigste Chance, glaube ich, verpasst. Die andere wollte eine Blase. Ich kann es nicht mehr machen. Digga, jetzt mal kurz. Ich stelle echt scheiße. Aber ganz ehrlich, das hier ist der Vibe. Das hier ist der Vibe. Das ist Berlin. Das ist Berlin. Scheiße auf alles. Wir holen uns jetzt hier mal eine Hülse im 25-20-Store, Digga. Scheiße auf alles. Scheiße auf Alkohol. Das hier ist viel besser. Es hat nicht für 10 Euro gereicht, Digga. Da muss es noch Eis hergeben. Und das ist komplett tiefgefroren und verschimmelt und gammelig. Das ist egal. Ich habe eine Capri-Sonne. Das ist viel geiler. Der Alkoholkonsum ist hier so groß. Es muss einfach um 3.20 Uhr noch ein Bier geholt werden oder zwei. Es ist 3.20 Uhr. Jetzt noch ein Döner wäre echt schon eine Idee. Der kotzt sich, glaube ich, aber. Wir machen jetzt einmal Lauf für die Linie. Ich möchte einfach eine gerade Linie sehen. Digga, das schaffe ich dir. Digga, der hat... Das kommt so selber rein. Der ist nicht einen Meter gerade ausgelaufen. Das musst du dir auf der Zungelzeuge gehen. Leute, das Wichtigste. Egal, wie scheiße der Abend lief. Mein Athos ist jetzt Level 5 innerhalb von einem Tag. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu betonen. Ich habe heute neu angefangen. Level 5. Scheiß mal auf alle Frauen. Level 5. Es ist ausgeartet. Es ist auch aus, Jungs. Mit den Jungs. Mit den Jungs. Also mit einem. Das Update, by the way. Regnet die ganze Zeit, den ganzen Tag. Wir haben jetzt ewig gewartet, aber wir gehen jetzt trotzdem raus. Scheiß auf alles. Bisschen an Kurfürstendamm, Brandenburger Tor. Bisschen abchicken, dies, das. Und machen halt das Beste draus. Und heute Abend geht es ins Soda. Ganz wichtig mit Gästeliste. Ach, Digga, das ist so irrelevant. Wir freuen uns jetzt zusammen. Ey, ich wollte eigentlich noch ein Update geben. Das wollte ich gestern Abend noch machen. Es hat sich gestern wieder offiziell bestätigt, dass die beste hässliche Freundin, oder Dick, der Wirt ist. Gestern wirklich wurde ich wieder die ganze Zeit von der falschen Freundin angetanzt. Und die hat sich in die Quere gestellt und abgefangen. Das ist unfassbar. Ich glaube, wenn die nicht da gewesen sind, dann wäre der Abend nochmal ganz anders verlaufen. Weil das ist ein richtiger Abendhörner. Du kannst es bestätigen. Digga, die wollte die ganze Zeit uns antatzen. Wir wollten die anderen. Ne, ich wollte die nicht. Also, ich wollte... Also, schon so, aber... Aber ich sage ehrlich, das ist der Wirt. Und das ist und bleibt Fakt. Wir sind wieder am Ort des Geschehens aus dem letzten Vlog, wer sich erinnern kann. Hier, kurzer Einblender. So, habe ich mir absolut meinen Berlin-Aufenthalt vorgestellt. Dreckiges Wetter. Rumlaufen. Nix machen. Und nur feiern. Das ist es ja wirklich. Aber dieses andere, Jungs und Mädels. Diese ganz schnellen 100 Euro. 5 Sekunden rein, 5 Sekunden raus. Speise ich nicht. Ich wollte eigentlich da rein. Aber ich fühle mich da sehr unwohl. Ich weiß noch nicht, wo wir sind, Alter. Digga, das erste Mal Five Guys. Und der Idiot hat einfach mein Getränk vergessen. Und 50 Euro für absolut nichts. Das ist crazy. Dafür habe ich so viel Geld. Digga, ich habe so einen Kulturshot. Du hast noch gar nichts bezahlt. Ich habe so eine Kulturshot. Digga, das ist einfach ein Schlachtfeld hier. Hier wird einfach der dritte Weltkrieg veranstaltet. Digga, das ist ja krank. Der TikTok-Döner. Hätte ich jetzt auch Bock gehabt, mir hinzuholen. Ja, das finde ich dir auch nicht. Scheiß auf Five Guys. Lass es rauskotzen und einen TikTok-Döner holen. Ein Döner mit Liebe. Und Leute, was ihr absolut nicht vergessen dürft. Dort oben waren wir gestern. Einfach abbrechen. Genau dort oben. Gold. Die wirst du heute alle noch trinken. Und im Club noch. Und im Club noch. Weiß nicht hundertprozentig. Ich habe einfach zugegriffen bei LF, die Woche, weil ich eigentlich auch schon T-Shirts habe. Ich hätte, glaube ich, eine M nehmen sollen anstatt eine L. Das ist schon ein bisschen groß, aber jetzt ist es egal. Ich trage sowas auch. Tim hat gerade das andere Shirt an. Digga, was ist das? Ja, das ist vom Regen draußen. Achso. Das ist bei ihm richtig Overfell. Aber sieht irgendwie auch fresh aus. So habe ich ihn noch nie gesehen. Wir haben gerade überlegt, ob wir einfach so in den Club gehen, beide. Und das Freischild dran lassen. Das war so geil eigentlich. Aber du siehst fresh aus. Ja, ich sage ja, wollen wir das anziehen? Digga, dann wurden wir Berliners. Ich glaube, ich gebe dir das heute. Mit den Tattoos guck dir das an. Ja, das sieht echt fresh aus. Aber das wäre cringe, wenn ich das auch anhatte. Also das kann man doch eigentlich schon mehr kennenlernen. Einer schläft da drüben. Wir müssen noch das ganze Zimmer aufräumen. Wir müssen vor dem Frühbeizhalten los. Es geht gleich in den Club. Wir sind absolut nicht... Gleich. Jetzt mache es so drei Stunden. Drei, vier Stunden. Wir sind absolut noch nicht ready. Wir müssen dieses scheiß Zimmer hier auch noch aufräumen. Much later. By the way, bevor ich es vergesse, hier nochmal eine kleine Hotelroom-Tour. Hier das schöne Doppelbett. Habe ich das eigentlich schon im Vlog gezeigt? Habe ich das schon gezeigt? Äh, auf jeden Fall hier Doppelbett. Und hier das kleine Bett. Und hier Koffer, alles. Und es sieht viel zu ordentlich aus. Wir haben ja eigentlich aufgeräumt, das sah aus, als wäre hier der fünfte Weltkrieg ausgebrochen. Und vor allem, ganz schlimm, hier. Weil einer... Digga, wer hat nicht gespült. Weil einer zu dumm ist, mit Vorhang zu duschen. Also, dieser Mann hier hat den Vorhang nach außen gehängt. Das ganze Bad war unter Wasser. Ich kann das auch alles nimmer, wirklich. Das ist einfach... Ja, und jetzt haben wir noch Essen. Also, beziehungsweise... Digga, wir wollten eine Pizza nach 21 Uhr. 21 Uhr sechs. Es gibt einfach keine Pizza mehr hier. Und wir haben absolut keinen Bock auf irgendwie so einen Döner oder Burger oder so einen Scheiß. Wir wollten uns eine Pizza teilen vom Club. Aber es ist krass. Es wird auch eine rostige Bratwurst im Club rauskommen. Ich hoffe, das gibt es noch im Club damals. Ja. Sonst müssen wir nach dem Club irgendwo bei irgendeinem Döner anhalten. Nee, da müssen wir zwischendurch raus. Ich hab absolut nichts. Ich krieg jetzt aber irgendwie nix runter. So vorm Feiern gehen und so. Viel zu früh, jetzt einmal nix los, Digga. Nur ich geh im Club kacken, glaub ich. Ich muss es kurz festhalten. Mein T-Shirt. Es sieht sexy aus an dir. Es sieht einfach sexy aus. Danach müssen wir auf die 50 Euro hoch. Da haben wir eine Karte teilt. Man kann sich nur noch zwei Bier leisten. Ja, man kann nur noch zwei Bier leisten. Ich bin ein Arm und ich kann jetzt nicht buchstabieren. Ich bin ein Ctrlっと här weiter. Nein, ich bin ein Stück. die ganze bank ist nass aber ist egal die ganze bank ist nass und ich sitze hier drauf ich werde hier nicht mehr runter gehen ich werde hier nicht mehr runter gehen weil das feeling ist einfach um zwei uhr nachts komplett besoffene bratwurst im club zu essen und man hat sich auf die völlig nasse bank besetzt der ganze arsch ist nass und morgen sind wir richtig krank wir sind zu eine millionen prozent krank und unser anderer abi der ist einfach irgendwo in berlin also wir sind last man standing nur noch zwei personen wir sind die ganze zeit zu zweitlos feiern der andere ist irgendwo im späti mit irgendeinem kunden durchgebrannt er ist mitten in berlin irgendwo verloren er will in die stadt zeigen ich brauche das gerade es reicht nur noch für den vodk air das ist mindestens der vierte und uns geht es einfach prickelt aber wir bleiben straff toll dem vodk air tschüss ich kann das alles nicht mehr hey Hurensohn is like, you're a good boy, man. For real. Nah, man, I'm a good boy. It's good word. In German, it's like, you're a good boy. Yes, you're a nice boy, man. Is it like, uh, gute match? In Germany, you're a good match. Hurensohn, what's up, man? Hurensohn. Hurensohn. Yeah, yeah. It's good, man. It's good that you're a good boy. Fair lady, man. Last Man Standing. Mit einem letzten Bier in den Pappbecher. Und mit den Chayas. Mit den geilen Bitches. Ja, und in dem Bereich ficken wir es um 4 Uhr irgendwas. Wir müssen 9 Uhr aufstehen. Es ist 4 Uhr, 4 Uhr 25. Und wir fahren jetzt zu mir. Und wir müssen 9 Uhr aufstehen. Es ist scheißegal, es ist Berlin. Es ist Berlin, Junge. Ich kann das alles nicht mehr. Der fucking Türsteher vom Soda-Club kannte mich, angeht. Laut ihm. So ein richtig breiter, geiler Typ kannte mich. Wenn du das siehst, schreib mir auf Instagram. Und wir sehen uns das nächste Mal am Soda. Was hat mir, dass ich 3 Stunden Schlaf habe? In Juxiane, der macht das jede Woche gefühlt. Und ich habe jetzt wieder die Scheiße. Hachig an. Mann, Digga. Ich will aber nicht nur 3 Stunden schlafen. Du musst nur 2 Stunden schlafen. Ich will rüber bestellen, die lassen mich nennen. Jetzt müssen wir mit 10 Minuten auf die Bahn warten. Ich bin stockbesoffen. Und Linus auch. Nein, nein. Also nur, um das Ganze festzuhalten. Wir sitzen neben Kotze. Wir hätten einfach rüber bestellen können. Wir hätten einfach rüber bestellen können. Aber wir chillen lieber neben Kotze. Und da ist ein NPC. Hör doch mal auf. Digga. Hör doch mal auf. Bitte. Und wir sind da auch für NPCs. Linus. G steht für Giraffe. Wir sind mitten in Berlin. Hör doch mal. Ihr ist Kotze. Das hast du schon 3 Mal gefilmt. Hör doch jetzt mal auf. Du brauchst einen Real Life Check. Warte mal jetzt. Warte mal jetzt. Wir wollen einen nicht. Ich kann das alles denn mehr. Was mach ich hier. Ich will hier gar nicht hin. Lasst mich alle in Ruhe. Wir waren jetzt richtig unnötig hier noch bei Meckes am Alexanderplatz. Mit zwei Chayas. Die wir jetzt einfach zurückgelassen haben. Und das ist so sinnvoll, dass wir jetzt um 5 noch hier unterwegs sind. Jetzt hol ich mir noch einen Drecks-Uber, was ich mir schon vor einer Stunde hätte holen können. Ich kann das alles denn nicht mehr. Ich will, ich hab jetzt 4 Stunden, 3 Stunden Schlacht, Digga, und morgen den ganzen Tag unterwegs und vor Abends mal weg. Ich will das alles nicht mehr. Du mein Entter kommt noch. Ist das gottlos. Es wird morgen ein schlimmer, bodenloser Tag. Diese zuckerfreie Kohle hast du heute. Ich mach das mir auch wenn wir in Uber, der bringt uns um. Salam, Abi. Salam. Wir haben es geschafft, Tim. Wir haben es geschafft. Wir waren heute nur zur zweiten Feierabendung, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Wir haben es einfach geschafft. Und wir haben jetzt gefühlt wirklich nur noch 3,5 Stunden zum Schlafen. Nicht nur gefühlt, wir haben bloß noch 3,5 Stunden. Für dich juckt es nicht, für mich tot. Das machen wir alles einfach nur nach Sorgen mit uns. 3 Stunden müssen wir aufstehen. 6 Uhr morgens, es gibt ein Weg. Du saust dein ganzes Bett ein. Morning in the morning. Ich hab absolut keine Ahnung, was gestern gefilmt wurde, was reingeschritten wurde, etc. Auf jeden Fall 3 Stunden Schlaf später. Wir sind wieder da. Und ich muss euch die größte Fehlkonstruktion EU-West zeigen. Diese verdammte Dusche mit Vorhang. Dieser Vorhang kommt dir beim Duschen bis auf einen Millimeter nahe. Weil dieser Zug durch die Fenster hier. So krank ist dieser Duschvorhang. Wirklich, der geht über die Hälfte der Dusche zu dir. Und du bist einfach auf 2 Millimeter eingeklatscht. Und dann tut der hässliche Bastard auch noch das Fenster aufmachen, die Tür aufmachen und dagegen füllen, dass es noch schlimmer wird. Das hier ist gottlos. Ich würde dich ja gerne filmen und sagen, dass du dafür verantwortlich bist. Aber ich lass es einfach mal. Da kommt einer an und sagt, hey, was geht's? Hast du Christian Weff dabei? Weil mich hat später noch jemand nach MDLA gefragt. Und neben uns haben 2-3 Mal irgendwelche Leute richtig fett den Bubats geraubt. Das war geisteskrank. Aber ansonsten war alles top. Das muss ich nochmal gesagt haben. Und wegen dem Bastard hier mussten wir bis 5 Uhr wach sein. Weil der unbedingt mit den 2 Weibern, die man kurz gesehen hat, rumlaufen wollte. Was auch immer da hinten deine Intention war, Tim, Digga. Also ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, was dann noch passiert. Aber 3 Stunden Schlaf, fickt rein. Oh, endlich wieder zu Hause. Ist das schön. So, jetzt erstmal einen entspannten Heimsieg. Freunde, ich hab wieder 3 Radler getrunken. Und ich kann das doch alles nicht mehr. Aber Tim, wie heißt du schön? Man lebt doch kaum nach. Nein, Heimsieg. Hallo, Heimsieg. Freunde, an der Stelle war das Wochenende auch wieder vorbei. Wir sehen uns am 11.11. beim nächsten illegalen. Video. Ich kann das alles nicht mehr. 3 Stunden geschlafen, ich geh heute noch auf dem Geburtstag. Und dann fahr ich morgen tot um. Lass ein Like da, abonniert, kommentiert. Nee, bäh.